Musik Die größten Herausforderungen, ganz speziell auch für diese Herbsttournee, ist das Zeitmanagement. Die Konzerte sind sehr eng aufeinander abgestimmt. Und an jedem Veranstaltungsort müssen unter Berücksichtigung aller Verkehrsvorkommnisse die Instrumente pünktlich ankommen. Es ist ganz wichtig, dass der LKW klimatisiert ist und ganz speziell im Herbst temperiert ist, da die Instrumente sehr fragil sind und höchst temperaturanfällig sind. Musik Es ist enorm wichtig, einen verlässlichen Partner zu haben, dass kein übliches Transportgut ist. Es handelt sich um wertvolle Instrumente. Und wenn man da jemanden hat, der weiß, was es bedeutet, diese Instrumente zu transportieren und was dahinter steckt und wie man die Instrumente und Kisten anpackt, das ist schon sehr viel wert. Musik Die Partnerschaft mit der DHL ist für uns wirklich was ganz Tolles und Wichtiges, weil wir einen Partner haben, der für alles zuständig ist, was den Instrumententransport angeht. Und das weltweit. Musik Einen wichtigen Partner auf Tournee zu haben, war für uns eine große, große Herausforderung. Das hatten wir sehr lange nicht. Seitdem die DHL das für uns macht, haben wir diese Probleme nicht mehr und können uns wirklich sicher sein, dass alles funktioniert. Musik Applaus Musik Applaus Musik Applaus